Gut verteilt, wie bei Ihnen zu Hause, wenn wir nach der Werbung wissen, Sie wählen, wir werben hier noch einmal das Gesamtbild und dann schalten wir kurz zurück nach Köln. Martina Göbel, Ruth Sieger und Andrea Knau, die Endnummer 067 bis 069 und 0137 in der Vorwahl. So, Sie sind hoffentlich gleich wieder da, wir auch, wir schalten kurz zurück nach Köln. Mumm, mit dem trockenen Akzent. Manchmal muss es eben Mumm sein. Heute treffen sich die Minister der schokoladefördernden Länder, um neue Qualitätsrichtlinien zu diskutieren. Der Kakaominister gilt hier als der Experte, aber auch Milch- und Nussminister werden mitzureden haben. Kenner der Szene erwarten, dass man sich wieder auf eine klare Schlussformel einigen wird. Rittersport. Patratisch, praktisch, gut. Also es gibt Dinge, die strapaziert man besser nicht. Da ist die stabile Resistal von Tefal schon was anderes. Ihr beschichteter Wabenboden spielt lange mit. Resistal, die vollendete. Tefal, du denkst an alles. Außergewöhnliche Bodenhaftung. Fiat Zippo. Axt im Zerstäuber. Das Ode Toilette Diorot für den Mann. Axt im Zerstäuber. Der Duft der Frauen provoziert. Wenn man ein Haus baut oder wie ich eine Wohnung modernisiert, kostet das viel Geld. Und solange Geld da ist, läuft doch alles wie am Schnürchen. Doch wehe, das Geld geht aus. Dann läuft plötzlich gar nichts mehr. Darum ist es wichtig, von Anfang an mit einem verlässlichen Partner zu planen. Damit es aufgrund finanzieller Engpässe keinen Stillstand gibt. Fragen Sie Ihre Sparkasse. Die hilft Ihnen bei allen Bau- und Modernisierungskosten. Gegen den Husten ist ein Kraut gewachsen. Bronchikum-Hustenmedizin. Mit heilsamen Pflanzenkräften. Bronchikum. Gegen den Husten ist ein Kraut gewachsen. Neben Tropfen und Elixier, neu von Bronchikum, der erste Balsam als Stift. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Augenblicke mit Nicole Zum ersten Mal alle Hits auf einem Album Ihre schönsten Lieder und größten Erfolge Nicole, Augenblicke Auf diesen Augenblick mit Nicole haben viele gewartet. Jetzt ist er da. Starbucht, Starbucht Starbucht